Musik Liebe Gemeinde, hier in der Kirche und an den Monitoren, in den Häusern unseres Frühlingshafenschulern Johannesstifts, wo ich schon Festhosen habe, blühen sehen. Eine herzliche Begrüßung an Sie zu dieser Abendhandacht von unserem netten Organisten Stefan Hempel, der auch heute wieder den Kirchwerksdienst mit übernommen hat und von mir, Siegfried Lehrchef, Mitglied der Schwestern zur Rüderschaft seit 42 Jahren und Diakonin. Einen herzlichen Dank an Frank Burger vom GKR, der heute dafür sorgt, dass die Abendhandacht aus der Stiftskirche im evangelischen Johannesstift in Berlin-Spandau auch auf YouTube übertragen wird. Von daher begrüße ich alle sehr herzlich, die auf diesem Weg mit uns verbunden sind. Wir werden, so Sie dürfen, aus dem evangelischen Gesangbuch aus folgenden Liedern singen. Sie hier in der Kirche dürfen ja wieder mal nicht mit singen, was Sie sich hinlernen sollen, vielleicht als in der Klamaske mitzusummen, aber Sie in den Häusern singen bitte von Herzen mit. Vor der Abendnacht werden wir das Lied 170 »Komm, Herr segne uns, alle vier Strophen singen« aus dem evangelischen Gesangbuch im Gotteslob unter 451 zu finden. Nach der Abendacht werden wir aus dem evangelischen Gesangbuch das Lied 395 »Vertraut den neuen Wegen« alle Strophen singen, im Gotteslob ist das das Lied Nummer 807. »Unser Abendgebet steige auf zu dir, Herr, und es senke sich auf uns herab, dein Erbarmen. Dein ist der Tag und dein ist die Nacht. Lass, wenn des Tagesschein vergeht, das Licht deiner Wahrheit uns leuchten. Geleite uns zur gute Nacht und vollende dein Werk an uns in Ewigkeit. Amen. Jetzt singen wir das Lied 170 »Komm, Herr segne uns, alle vier Strophen«. »Komm, Herr, schweif. « Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wir befinden uns kurz vor dem Pfingstfest und ein paar Tage nach Christi-Hümmelfahrt. Eine Zeit also, in der die Menschen, die Jesus noch leibhaftig erlebt hatten, sicher voller Fragen und vielleicht auch Zweifel waren, ob das, was Jesus versprochen, gemacht, gesagt und von Gott mitgeteilt hat, denn auch so tragen wird. Zu den irritierendsten Handlungen von Jesus gehört gewiss die von der Tendenleinigung. Ein resoluierter Luther Jesus, der die Geldwechsler und Händler aus dem Tempel treibt. Diese Geschichte habe ich schon immer sehr gemocht, weil sie sich von den sonstigen Bildern, die die Bibel von Jesus zeichnet, abhebt. Ich habe neulich dazu eine interessante Interpretation gelesen, die besagt, dass Jesus das aus tiefstem Mitgefühl tat. Mitgefühl ist ein solches Maß an Liebe, dass man bereit ist, alles Notwendige zu tun, um in eine Situation Bewusstheit hineinzutragen. Das heißt, Jesus tat das aus Liebe. So wie Eltern, die ihr Kind wirklich gefahren und es auf einen lebensfähigen Weg bringen möchten, an den richtigen Stellen auch streng und unnachgiebig sein werden, auch auf die Gefahr hin, dass das Kind erstmal gar nichts versteht und ob der elterlichen Reaktion fassungslos, traurig, abwehrend oder wütend ist. Jesus hat auch den Körper als Tempel bezeichnet. Deshalb wird diese sehr bekannte Bibelgeschichte auch teilweise in dieser Hinsicht genutzt. Die Geldwitzler und Händler, die nicht in den Tempel gehören, sind dann wohl die Impulse, Gedanken und Verhaltensweisen in uns, die uns davon abhalten, dass unser Tempel ein Bethaus ist. Denn Jesus sagt ja, mein Haus soll ein Bethaus sein. Ich mache mir immer wieder Gedanken darum, warum der liebe Gott manchmal mit unbereuerer Härte eingreift und uns dann bewegt, ganz anders zu wandeln, als von mir oder anderen gewünscht. Mir gefällt der Gedanke, dass er es aus Liebe tut, damit wir frei für das Wesen, für das Wesentliche werden. Solange ich denken kann, ist Gott für mich der liebe Gott. Der Gott der Liebe, der stets aus tiefem Mitgefühl handelt und weiß, was für mich gut ist oder nicht. Dann wäre die Aussage äußerst passend. Mitgefühl ist ein solches Maß an tiefer Liebe, dass man bereit ist, alles Notwendige zu tun, um in eine Situation Bewusstheit hineinzutragen. Das heißt dann also, das, was Gott uns vermutet, in dem Wissen an dem, dass der liebe Gott uns auf den für uns richtigen, auf den wesentlichen Weg führen will. Amen. Wir singen oder hören das Lied aus dem evangelischen Gesangbuch 395 Vertrauen den Neuen Wegen. Im Gotteslob finden wir das unter der Nummer 807. ... Ja. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 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 in dieser Zeit sensibel und besonders gefährdet sind und verwandle, wo es geht und in deinem Sinne wichtig ist, Krankheit in Gesundheit. Du, lieber Gott, kannst Wunder tun. Tröste die Kranken und Sterbenden und lass sie Wege finden, um zu bemerken, dass du dir immer liebevoll da bist und helfen möchtest. Lass uns deinen Frieden spüren. Amen. Wir bringen in der Stille vor dich, was uns bewegt. Wir beten das Vaterunser, Vaterunser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich, dein Himmel, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Er segne und behüte uns, der allmächtige und barmherzige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen. In allem ein möglichst angenehmer Abend und eine gesegnete, friedliche Nachtruhe. Und für unsere Zuschauer auf YouTube, wo sie auch gerade sein mögen, bleiben sie gemütet und im Gebet verbunden. Auf Wiedersehen. Und für unsere Zuschauer, wo sie auch gerade sein mögen, bleiben sie gemütet. Und für unsere Zuschauer, wo sie auch gerade sein mögen, bleiben sie gemütet. Amen. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020